herzlich willkommen zurück so let's play sims so letzten mal hatten wir das schrumproblem und zwar das gewaltige schrumproblem und zwar spare ich jetzt ganz schnell auf ein atomkraftwerk und warum sind heute wirklich fast also tief ganz ehrlich das problem hatte ich am anfang nie ich kann es echt nicht mal aus und ich habe echt ein schrumproblem gerade wer kriegt denn hier keinen strom gerade ganz und gar nicht gut und ich krieg auch kein strom feuerwehr probleme das problem muss ich als erstes in den griff bekommen dafür kommt eine atomkraftwerk hier wohin bevor ich mich mit der feuerwehr problematik weiter beschäftige und ich plane auch wirklich eine ganze zuglinie im außenrum zu bauen einmal querbeet durch also das habe ich es doch vorher so so außenrum das bedeutet wir können schon ein bisschen um das abriss kümmern einmal hier noch so rum die straße versuche ich dann so ein bisschen hier so lang zu bauen so ein bisschen gerade das kohlekraftwerk soll verschwinden das ist eh geschlossen hier da werden mitarbeiter gebraucht haben ein verlassenes gebäude momentan das muss ich kurz abreißen wo ist denn das gott hier oben und ab wasser wieso habe ich ein abwasserproblem ich brauchst du trinkt wie es geld erstmal knete ich kann kein krieg aufnehmen oh man das ist echt nicht gut wie es ist mit dem shopping-algebot in dieser stadt hallo universität zum bau genehmigt okay ich habe ich noch allgemeine hochschule gebaut hier muss doch ein paar alte stellen hin die bombe jetzt ein bisschen zu schnell ein paar wolken kratzer meiner meinung nach so erstmal zwei halte stellen das reicht ich brauche knete und die zeit mal ein bisschen schneller dann geht das hier auch ein bisschen schneller ihr lebt es sich nicht gerade so ich möchte das kohlekraftwerk nämlich eliminieren da können wir uns auch mal ganz kurz um die luftverschmutzung kümmern wo ist denn das hier kohlekarte luftverschmutzungskarte ja genau das geht alles hier so rüber den kohlekraftwerken ging wegen den zwei hier das ist überhaupt nicht gut hier da da kommt die kohle da wird luft verschmutzt so ich kann es leider nicht updaten deswegen will ich ja die zugeinlage die einem außenrum bauen und ich habe ein öffentliches verkehrsmittel problem ohne schrub ist kein betrieb der ich habe echt ein schrumproblem und zwar kein kleines naja kommen auch schon die ersten fairen hin und her geschlossen wir brauchen schrub mehr das natürlich auch gott was ist denn jetzt los gebäude ohne schrub alles hier läuft fast gar nichts mehr ich brauche ich die knete ich kann mir den kredit hier schon abschottern boah ich brauche knete ich brauche mal ganz kurz knete von euch gibt mir geld gibt mir geld gibt mir geld so was haben wir 21.000 überschuss ja ein augenblick ich will atomkraftwerk bauen was geht hier zwei pensionen wie groß ist denn das atomkraftwerk ok das ist ein riesen fass ganz und gar nicht gut guckt euch mal das ding an dafür muss ich die drei gebäude abreißen lassen und das ist glaube ich wohngebiet oder er aber billige dinge ganz und gar nicht gut das ding ist doch zu groß das haben wir hier sonnenkraftwerk weil ich gedacht das ding so groß ist bleibt mir leider nichts anderes übrig ich brauche kohle 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 so es kommt das dahin bildungsproblem ich habe nur probleme nur probleme das sind natürlich ein paar einwohner weg da gibt es eine info ja erzeugt schön strom weil die heiligkeit oder anbindung hätte ich gern müssen zu betrieb durch eine straße mit einem aktiven schattelbus einem busbahnhof sind sie doch apropos da wollen wir noch mal zwei altes gehen rein so schrumproblem hoffentlich gelöst ne ich gehe immer noch erst leute ein manche gebäude bekommt kein schrump ja 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 passt schon wer bekommt denn hier kein schrump wir bräuchten etwas schrump ja jetzt haben sie schrump so da kommen glaube ich die ersten mitarbeiter jawoll was kostet mir denn hier ein weiteres atom ding 45.000 zack gleich mal so weiteres ding da bauen könnte ich denn noch ein ding da bauen dann habe ich das schrumproblem so gut wie behoben was bräuchte deine universität in der stadt 130.000 energie produktion 600.000 alter hier will sie auch schon schau hier so kann ich jetzt das kohlekraftwerk abreißen was erzeugt denn das überhaupt 300 megawatt momentan ja jetzt habe ich immer noch einen überschuss also tschüss so ich habe drei verlassene gebäude da hier unten aber auch noch eins welches das kommen helfen wir mal was welches du hast mich schon geschockt das problem auch mal gelöst so wie sie es mit dem strom aus immer noch ja passt so jetzt wie gesagt können wir uns zum anderes problem kümmern und zwar reißen wir jetzt mal die komplette straße hier ab es gibt schon wieder drei verlassene gebäude einmal zweimal dreimal kommt hier einmal ein bahnhof finn ich muss mal die musik dröhnt in meinen ohr rein das gibt es heute nicht so zwei prozent dass wir darunter schrauben wasser problem oder was wo ist mein wasser ding macht das war hier unten zack gleich das nächste reicht immer noch nicht toll nein jetzt habe ich noch ein wasser probleme scheiß überlagerung wo ich hier noch zwei wassertürme schnell hin das reicht immer noch nicht dann eben noch ein wasserturm ich habe immer noch minus wo habe ich denn hier noch wasser ich möchte eigentlich nicht dass ein wolkenkrasse dafür drauf geht und dann ist so ein großer was haben wir hier für ein problem ich möchte ja gerne weiter einstellen nein alles muss ich hier abreißen hier und war kein wasser oder doch unten war auch wasser noch mal ganz kurz nein definitiv nicht hey aber ja mal kurz ja weg damit die klinik definitiv nicht den spielplatz ja nein ihr solltet ja nichts bauen nein ihr solltet ja nichts bauen weg damit ach ne das muss da die straße kann noch weg ne ein umblick hallo wieso geht das nicht aber wassertürme gehen doch oder die erzeuger war viel zu wenig das habe ich jetzt schon wieder ich habe immer noch ein wasser problem was einer meiner pumpen ist von was habe ich jetzt was denn hier die wasser für eine saubere wasser quelle her ich soll nicht verschmutzt ganz niedrig steht hier ich finde dass ich das nicht ausbauen kann ganz toll oder ich musste der zweite skatt bald bauen apropos skatt das würde ich eigentlich ein bahnhof verrichten anzüge auf einen hochgeschwindigkeitszug auf der straße 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 ab hier oben geht's wird auch gleich gebaut okay wie kriegt er jetzt eine verbindung her wieso gibt das nicht muss das auch jetzt weichen hier weg damit einfach nur alles abreißen was es nur geht ich war eine verbindung aber hier so groß sind jetzt zu bestehenden kreuzungen man ja weg damit kein geld mehr zurück müssen die straße hier kurz verlegen ich weiß ja nicht weiter ich habe ein wasser problem ich habe mal feuerwehrproblem alter was habe ich denn nicht für probleme nur probleme in dieser stadt so einmal zweimal dreimal so problem gelöst dann was hat er hier für probleme mit außen da kann ich nichts daran ändern wasser probleme habe ich immer noch nur probleme am laufenden band ist die hochschule ich will mich echt ein bisschen verbaut was man fairerweise sage ich habe ich echt ein bisschen verbaut sehr sehr feuer genau hier ist ja schon stau produziert das problem ist ich kriegt nicht genug wasser einen am blick vielleicht können wir so noch irgendwie ist die wasseranlage das rad aus daneben die frage ist ich kenne nur ein ding nach so toll reicht trotzdem nicht und ein zweites ding kann ich auch nix wobei ich muss eine zweite schreck glaube ich aufbauen die sich mir dann die wasserversorgung ein bisschen abnimmt aber jetzt komme ich erstmal zu meinem ursprünglichen plan zurück also das werde ich jetzt mal ganz kurz abreißen die feuerwehr kann mich jetzt einfach mal so dann einmal drehen und dann bauen wir jetzt mal ganz kurz eine andere straße dahin so ach mein gott jetzt fangen die schwer anzubauen das riecht mich am meisten auf nein 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 aber hier an der schien der bot kein arsch so danke so ihr müsst mal kurz woanders lang fahren auf der straße ist genau hier auf der straße oder was was ist so ein kleiner hier geht auch nicht hin ist mich verarschen weil es ja auch so viel platz beansprucht wartet mal ich spreng da noch mehr mal weg und zwar hier so die feuerwehr ist glaube ich wenn man ein bisschen im stress ich aber auch alter du gehst mal auf den sack mit deiner auf der straße weg damit weg und hier auch noch weg jetzt geht's oder was okay jetzt geht's 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 okay Vielen Dank.